Hey Leute, ich bin's wieder, Samu von audit46.de und heute mit einem Fußballtrikot und zwar den Puma Liga Jersey Herren Fußballtrikot. Was kann man zu diesem Fußballtrikot alles sagen? Es ist auf jeden Fall grün-weiß gestreift, was ihn zu einem richtig klassischen Fußballtrikot macht. Und ja, es hat ein Puma Logo auf der Brust, so wie jeweils an den Ärmeln grün. Und ja, es hat ein Rundheiz, der Stoff ist sehr luftig leicht, der ist auch schweißabweisend, also keine Patek auf dem Fußballplatz, da ist auf jeden Fall alles trocken. Ja, die Rückseite ist ganz in grün gehalten und meiner Meinung nach ist es ein echt cooles Shirt. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und falls euch dieses Artikel gefallen hat, dann klickt doch einfach mal unter die Videobeschreibung der erste Link zu diesem Artikel. Und das war es erstmal wieder von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!